hallo hier ist martin von money monkey ist dass die dax analyse für nun montag den ersten 10 2021 und wir haben den september abschließen können ja also war definitiv ein tag um sich hier ein bisschen popcorn hinzustellen unser dax hat sich ja ganz schön unten drosch gedreht das fing schon an mit einem aufwärtsgap dann muss ich sagen passt es nicht so ganz zu dem was mir in der analyse gesprochen hatten wir hatten gesagt also es passen zwei sachen nicht die wir in der analyse gesprochen hatten es passen auch zwei sachen nicht die dax gemacht hat zum einen hat mir gesagt wenn er nach oben treibt wenn er zuerst nach oben treibt sollte er in den bereich um 500 gehen das hat da haben 20 punkte gefehlt 500 oder 55 eben die rote linie anstoßen sollte eigentlich wenn er zuerst unten ran geht und wir hatten gesagt dass in die richtung wo zuerst rein geht auch auch dann durchaus durchschieben kann das war jetzt hier ein bisschen schwierig zu erkennen ist direkt per aufwärtsgap reingekommen und hat gar nicht erst nach oben getragen das habe ich so nicht erwartet also das habe ich so nicht nicht das sah auch total komisch aus also ich habe auch auf unserer seite hier money-wankies.com früh gleich im chat geschrieben das passt nicht da waren da war nix da war also normal hast du also ich gucke früh wenn ich aufwache guck schon mal okay wo ist der dax vorbürstlich ne gucke mir die indikationen an die in den dax auch schon um 7 7.30 indizieren und gucke wo steht der habe ich schon so ein gutes gefühl okay stehst jetzt gleich schnell auf machst du gleich das erste update schon vor um 8 oder alles cool alles in ruhe guckst erstmal wie er reinkommt und so weiter so und da habe ich schon gesehen mensch der ist aber hoch war schon bei ich glaube bei 435 440 rum notiert er früh dann habe ich dann gucke ich immer wenn ich sowas sehen wie sind die chinesen gewesen wie sind die rohstoffe wie haben sich die währungsbauer über nacht verändert also wie über der asiatische handel könnte man jetzt abkürzen und da war nichts heute das war alles einfach nur seite unbeeindruckendes das war da war nirgendwo was deswegen hatte ich heute früh gleich überall so geschrieben auch auch im ersten update was geschrieben haben dass das so ein bisschen der montag grüßen lässt halt dass man das auch am tag hatten dass er so früh hoch hoch hupft die ganzen shorts raus ballert und dann halt richtig unten durchfällt so richtig und durchgefallen ist er nicht aber es zumindest den ganzen tag konstant abgesunken wir hatten ja insbesondere darüber gesprochen dass donnerstag wirklich auf viel bewegung auch bringen können und dass man eben auf die grünen umkehrstunden kerzen hier unten achten soll davon kam keiner erst ganz ganz hier unten kam dann eine gegenbewegung dazwischen dazwischen das mal so kurz aus da war eine richtig kräftige wegen bewegung deswegen passt das ganz gut zum popcorn hier da war so richtig mal zug drin gewesen also da bin ich auch wirklich der meinung das war halt eine richtig krasse bullenfalle oder was heißt krass aber es war eine gewesen weil so schön wie der da angezogen also wenn ich jemand wäre der den dax oben bei 17.000 18.000 die nächsten wochen sieht dann wäre das für mich ganz klar ein einstiegssignal gewesen und dann hätte ich natürlich auch im rücklauf long position aufgebaut position reingekauft und so weiter habe ich jetzt nicht gemacht aber das haben leute gemacht sonst wäre auch die bewegung so nicht in der bewegung entstanden ja und dann hat er aber auf die letzte minute auf die letzten fünf minuten da wirklich noch umgedreht hat sich da auf rot gedreht die stundenkerze auch noch rot gedreht und komplett bis runter so und jetzt sind wir hier vor dem bereich den wir gestern so angesprochen hatten als mögliche umkehrbereich nach oben da bin ich jetzt so ein bisschen zwiegespalten das ist nämlich grundsätzlich noch möglich aber wir sollten halt auch darüber sprechen was passiert wenn ja wir haben ja auch ganz klar gesagt also dass die 1 80 bis 1 60 hat auch wirklich erst wenn da eine schöne grüne stundenkerze kommt und ich glaube so können wir es jetzt hier eigentlich auch für den freitag somit wir haben monats auftakt da kann geld reinkommen es ist keine ist keine ultimative bedingung nicht auf jeden monats anfang kommt immer viel geld rein das das ist so nicht aber wenn viele verbinden das damit und dadurch macht das natürlich den markt leichter wenn er denn steigt dann auch richtig zu steigen so sollten wir also hier zum freitag plus ein kleines schwaches stertischen also einen kleinen schwächlichen start bekommen der hier plus in die 1 80 1 60 reintreten und dann drückt er sich nach oben drückt sich zum xetra nach oben drückt sich auch danach nach oben nach 9 30 noch nach oben dann würde ich schon sagen wenn der hier unten war und er geht dann über 2 70 wieder drüber dann kann der auch komplett zurücklaufen an dem freitag jetzt dann kann der hier den schwung hoch machen aber ich möchte halt auch wirklich diese grünen kerzen einfach sehen ne und wer das so auch über den tag heute beobachtet hat wir haben so viele immer wieder im chat gehabt die geschrieben haben lang 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 sie gehen ist lang sie gehen es lang sie gehen es lang ich habe immer wieder gesagt sind rote kerzen jedes mal wenn jemand geschrieben hat er geht jetzt lang habe ich immer wieder das rote geschrieben die stunden kerzen sind doch rot die stunden kerzen sind doch rot die stunden kerzen sind doch rot und der Markt ist gefallen, 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 gefallen. Und da sollte man halt auch einfach drauf achten. Man tut es sich mit einem Long echt schwer, wenn man noch keine Rückendeckung aus den höheren Zeiteinheiten hat. Und aus dem Tagesschart eine grüne Rückendeckungskerze haben wir nicht. Punkt. Also müsste ich mindestens mal auf Stunde gucken, dass ich ein bisschen Rückenwind aus der Stundenchart rauskriege, bevor ich eine Longposition probiere. Aber das sollten einige vielleicht wirklich einfach ein bisschen versuchen zu beachten. Einfach ein bisschen mit im Hinterkopf zu haben, dass ein Markt jetzt immer so eine gewisse Trendbewegung hat. Und die braucht halt immer ein bisschen, bis sie dreht. Der Markt dreht nicht auf den Punkt und dann volle Möhre durch. Das kommt auch vor, aber diese Punkte, diese einzelnen Punkte, erwischen die meisten doch eher nicht. Und dann sitzen sie den ganzen Tag drinnen, versuchen Long, 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 und der Markt steigt von früh der ersten Minute bis zur letzten. So würde ich jetzt halt auch auf der Unterseite ja vorgehen, solange da keine grünen Stundenkerzen kommen. Wäre für mich da Long eher nicht die erste Wahl. Kommt dann grüne Stundenkerzen, schiebt es sich, macht einen souveränen Start, zeigt uns Stärke. Dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass man hier hochzu dann einfach noch was mitnimmt. So, was passiert aber, wenn der Bereich nicht hält, wenn er jetzt durchgeht? Dann muss man sagen, haben wir hier definitiv das Gap bei 15.110, 15.115. Das kann dort geschlossen werden. Das ist dann erst mal eine Reaktionsmarke. Und darunter geht es dann hier an die Tiefs. Dann geht es an die 200-Tage-Linie. Die ist so im Bereich um knapp 15.000 eigentlich mittlerweile. Die ist ein bisschen angestiegen. Das heißt, so der Bereich hier, das wäre ein schöner Zielkorridor. Oder eben unseren unteren Pfeil, wenn er es halt richtig übertreiben will, den haben wir da ja auch noch drin. Das heißt, Platz ist Platz genug halt. Also drückt er da rot durch, dann lasst ihn im Zweifel halt einfach machen. Ich würde mich aber jetzt nicht primär einfach pauschal dagegenstellen. Kommt ein schöner grüner Druck, kann ich mir das gut vorstellen, dass der auch höher kommt. 360, 300, das sind nochmal so 300, 360, vielleicht sogar nochmal in die 400 rein. Und ich sage mal, wenn er das jetzt hier dreht, dann hat er auch fünf Wellen runter zu fertig. Dann kann die Bewegung auch erstmal abgeschlossen sein. Und dann ist selbst ein 5,50 drin über Montag, Dienstag dann halt. Also zeigt sich der Donnerstag, der Montag, jetzt vom Oktober, souverän, stabil, ruhig, wäre das für den Markt wichtig. Und dann kann er auch für das jetzt anstehende ja eher wieder starten. Markequartal, das Quartal, was durch die Jahresendrelie bekannt ist und so weiter, sich natürlich auch leicht wieder Nährstoff holen. Und Käufer haben wir ja, die immer wieder bereit sind zu kaufen. Ob die jetzt noch Geld haben, ist eine andere Frage. Das werden wir sehen. Aber wir haben auf jeden Fall hier noch Käufer die ganzen Tage immer wieder gesehen, dass die bereit sind zu kaufen. Und wenn der Oktoberauftakt jetzt wirklich positiv verlaufen würde, könnte ich mir das gut vorstellen, dass das manche schon halt so ein bisschen als erste Positionierung dann nehmen. Und das treibt natürlich den Markt ein bisschen nach oben. Also kriegen wir hier einen Umkehrpunkt, machen wir es ganz kurz, dann 300, 360, 4, 4, 60 bis sogar 55 hoch, kann ich mir gut vorstellen. Deswegen kann man hier durchaus das probieren. Sehen wir aber Schwäche, sehen wir in weiter Rot, dann sollte man sich nicht zu sehr verkämpfen, weil dann kommt der Gap Plus, dann kommt das Tief 200-Tage-Linie und so weiter. Wir können kurz in den Tagesschart noch gucken. Da ist ja der Trigger hier noch aktiv. Da hat man gesagt, der wäre erst ausgelöst, wenn er über das Hoch geht. Der zeigt hier noch auf die 200-Tage-Linie. Die kommt uns immer weiter entgegen. Ich sage mal so in ein, zwei Tagen ist dann das Band auch auf Höhe der 200-Tage-Linie. Die liegt ja jetzt wirklich schon fast an der 15.000, hier 14.995 im Xetra-Dax. Das ist nur auch nicht mehr so weit. Das könnte man leicht anlaufen. Okay, ja, von daher würde ich das daher damit erstmal belassen. Größere Bild gucken wir uns Samstag im Webinar dann an, also zumindest die Verteilerleute von uns, die im Premium drin sind. Das wird jetzt langsam auch wieder richtig interessant. Und für die Vorbereitung für den Freitag selbst, denke ich, ja, sind das die wichtigen Punkte. Also, glaube ich, kann man da gut was mit anfangen. Bereich würde ich im Blick behalten, einfach dieses Gap offen zu lassen. Das hätte einen gewissen Schamensatz, Marktteilnehmer unter Druck, die noch in Shorts drin saßen, die dann hier nicht rausbekommen haben. Wenn der Markt dann weiter steigt und sowas mag der Markt, dann betreibt er Leute und dann treibt er Geld und dann kriegt er die Leute auch dazu, dass sie auslösend, gefrustet sind. Wenn sie gefrustet sind, wenn sie überfordert sind, dann geben sie mehr Risiko. Mehr Risiko für den Markt immer gut, weil es heißt mehr Einsätze. Höhere Einsätze heißt mehr Geld, was transferiert werden kann von den vielen Kleinen auf die wenigeren Großen, die ohnehin schon genug haben, aber eben noch reicher werden wollen. Und ja, von daher würde ich das nicht ganz außer Acht lassen. Aber wie gesagt, möchte ich auch eine klare Umkehr sehen und damit können wir das eigentlich so belasten. Arbeite der nach oben sind 300, 360, 4, 20, 4, 60. Das sind so die kleinen Erholungsziele. Ich würde es nicht außer Acht lassen, dass der Monatsauftakt auch hoch kann. Aber wenn wir Schwäche sehen, sollten wir die auch respektieren. Dafür ist 200 Tag nicht einfach zu nahe. Also das ist ja schon fast in Vormittagserreichweite. Das ist ja so. Gut, dann soll es das soweit eigentlich dazu sein. Ja, schauen wir uns mal an, wie der Oktoberauftakt, da können wir vielleicht am Montag auch ein bisschen weitergucken, vielleicht auch mal ein paar neue Szenarien ausziehen. Aber da würde ich jetzt erstmal den Monatsauftakt sehen. Ist der nämlich positiv. Brauchen wir gar nicht so viel besprechen. Dann gehen wir nämlich wieder in die Range zurück. Und ja, Punkt. Punktende aus. Viel Erfolg zum Freitag. Handelt, was ihr seht. Das ist an solchen Tagen besonders wichtig. Und lasst euch nicht überfahren von euren Emotionen. Und lasst euch nicht auf ein Duell mit dem ein. Ihr müsst immer die Oberhand behalten. Ihr müsst immer die Coolen sein. Ihr müsst die sein, die die Leine einfach in der Zügel haben. Was euer Depot auch angeht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, die Kontrolle zu verfahren. Sich nicht irgendwie vom Dax provozieren zu lassen und an Mist zu machen oder so. Das bringt einfach auf Dauer nichts. Ich wünsche euch Spaß. Bis morgen. Tschüss.